Handschuhe hätte ich ihm normalerweise gegeben, aber dann wäre es ja eigentlich auch zu leicht. S*** hier. Ey Timo, bereit für die DVK-Sommer-Challenge? Gegen dich immer. Ey, aber du siehst irgendwie komisch aus. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Wieso? Ich sehe doch ganz normal aus. Lass mal loslegen. Wir haben heute mal Rollentausch. Der Jan ist im Tor und ich versuche best of three, ihm jetzt die Dinger um die Ohren zu knallen. Und Handschuhe hätte ich ihm normalerweise gegeben, aber dann wäre es ja eigentlich auch zu leicht. Oh, da ist er unten. Aber der reicht. Wahrscheinlich. Knapp daneben ist er auch dabei. Ah, der erste von drei ist drin. Oh, den hat er ja. Schlechter Schuss. Oh, ein guter Ball. Chancenlos. Strafe muss sein. Ich höre mir jetzt was Schönes über mich an. Von Jan. Hey Timo, du bist mein Anker in der Kabine. Wenn ich falle, fängst du mich auch. Du bleibst immer meine Nummer eins. Ich würde fast sagen, das reicht, aber ich habe jetzt Bock, noch ein paar Wälle zu werfen. Ich würde fast sagen, ich würde räumen weg. Wah, ich kance. Wo? Was! Was? filing? Was? Was? dotted ver? Da minus! Was! Was? Was! bloom? Was? Untertitelung des ZDF, 2020